3 Mobbelchen, Mensch. Jetzt müssen wir in die Höhle rein. Ach man, du bist gemein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, Quastina, komm ich klar mit dem Affen da? Ich komme klar. Die können mir nichts. Also, alle sind nieder. Alle, alle haben uns nieder. Hallo. Aufpassen hier, sind Flammen. Ach, hast du das hier gesagt, du, ich hätt's nicht gesehen. Nein, her auf. Muss man dir alles erklären. Mensch, ich hab mal, du spielst jetzt halt das. Du musst erst wieder hier alle zusammen sein. Ja, ja, jetzt war das, die ersten können wir ja schon machen. Welche Weisheit sucht ihr? Hab ich den längeren Weg genommen? Ja, muss ja eh jeder von sich machen. Gott. So, die Folgequests nehmen alle miteinander an. So, ich hab abgegeben. Angenommen. Immer mit der Ruhe. Ja. Hau den, macht den Plot. Ich geh schlafen. Eiei. Du bist ja gemein. Echt. Bis einer blutet. Jetzt fäh halt auf. Weißt du, warum hast du den Typen sauer gemacht, he? Ja. Ich bin nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Nicht genug Energie. Na also. Ihr seid herzlichst willkommen. Toll, er schlägt da und dann sind wir herzlichst willkommen. So, der Lee, dann geht zwei der. Ach so, warte mal. Ach so, da hoch müssen wir. Scheiße, stimmt. Entschuldigung. Ihr habt scheiße gesagt. Was denn? Muss ja eh jeder selber machen, schätze. Ja, was machst du zu dem Wasser? Ich hol den hier raus. Das lädt immer noch auf. Und muss jeder selber machen, ne? Ja, ja. Wieso steig ich auf? Entschuldigung, weil ich's abgegeben hab. Achso, ich muss sie auch noch abgeben. Hey, wir haben Rollen gekriegt. Ja, ha. So, und jetzt ab hier, ab hier, laufen, laufen, laufen. Muuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Und weuuuuuuuuuuuuuuuuuuup. Kommen die kleinen Kinder und sagen, oh, was habt ihr da? Ja, jetzt sollen wir mal runtergehen. Habt ihr euch die Finger verbrannt? War der heiß? War der heiß? Der war bestimmt ganz heiß, geh. Diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep-diep. Was denn? So, die ewig lange Treppe hochlauft. Was denn? Ja, was denn? Nix, ich wollte bloß wissen, ob du nur da bist. Ich bin da. Ich muss konzentrieren, das ist für mich ein bisschen schnell. Echt? Ja, mit 2er-fuchtig. Kein Wunder. Da muss ich mich erstmal konzentrieren hier. Aber ehrlich. Sonst laufe ich übergegen. Oder laufe zu weit. Hier ist mein Pinocchio. Pinocchio? Ihr habt sämtliche Aufgaben gemeistert, die ich euch gestellt habe. Kriegen wir jetzt schon? Nein. Ja, dann können wir das Zeug verkaufen hier. Gasthaus zur Ding machen. Die Leute, die Freunde, die Essen, diese Dinge sind die wichtigsten. Wenn wir nicht handeln, wird unsere Welt sterben. Und wir mit ihr. Wir müssen mit Shenzhen zu sprechen und herausfinden, wie man helfen kann. Und um das zu tun, müssen die 4 Elementargeister zurückgebracht werden. Huo war der Erste. Gut, dann holen wir uns die, holen wir die anderen rein. Komm, geh mal. Ja. Äh. Nein, an welcher Seite muss man rausgehen? Hier. Ja. Da scheinen sie aus, die Kinder. Hey! Hey, 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 hey. Ja, wir haben den Feuergeist zurückgebracht. Da muss man immer ärgern. Echt? Wie denn? Was macht der? Wer seid ihr denn? Musst mal immer auf die draufklicken. Was macht der gerade? Ich lasse mir einen Bart wachsen. Oh, das ist so. Ich lasse mir einen Bart wachsen. Hey, du kleiner. Hallo. Wo kommen Schildkröten her? Guck mal, jetzt kommen sie hinter mir her. Hey, cool. Wo kommen Schildkröten her? Ich kletter gern auf Bäume. Habt ihr schon mal einen Käfer gegessen? Habt ihr schon mal einen Käfer gegessen? Guck mal, was ich mit meinen Lippen machen kann. Und tschüss. Sintus süß. Guck mal, was ich mit meinen Lippen machen kann. Badg Gold stakeholder dreht. Ich mach hier so ein Video. Real-Life-Video. Guck mal, was ich mit meinen Lippen mache. Badg Gold pole говорит. Kommt sogar noch hier auf neue Ideen. Ja, dank B comunicMsUGG. Scheiße. So. Ne, hier ist keiner. Was brauchen wir? Briefkasten? Ich hab Post. Ja? Wer weiß, wo die herkommt. Ach, das ist von dem Entwicklers-Dings. Ja, ja, das ist der neun jahre WW-Buff. Ja, ja, aber Post geht ja noch nicht. So, dann, äh... Hier kann man Berufe lernen. Ja, machen wir nicht. Berufe lassen wir außen vor. Das hält das auch. Interessiert uns nicht. Können wir später vielleicht mal so... Wenn die Leute wollen, Lehrstunde vom Beruf, dann sagt man denen, so, geh arbeiten. Dann weiß ich das. So, fertig. So, dann... Habt ihr den Quest oben auch angenommen? Ja, klar. Ja, bei dem einen. So, wo seid jetzt ihr? Kostin, wo bist du? Bin ich hier. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, zwei Stück... Ne, drei haben wir. Machen wir zuerst die da drüben. Mit dem Springen und Gong machen. Oh. Was? Springen? Ja, auf den Ding da. Auf den Balken. Dann muss ja die Dinger da runterkämpfen. Ich kann das noch nicht tun. Das ist zu weit entfernt. Weiß nicht, ob das für jeden zählt. Ja, doch. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Oh, ich bin weit gesprungen. Guck dir das an. Bin der Weitspringer hoch 10. Angeber. Fertig. Jo, fertig. Dann müssen wir jetzt bloß noch die, die, die Bimmel bimmeln. Hau ab, du Vogel. Hat es bei euch auch abgeschlossen? Nein. Dann müsst ihr die Bimmel selber bimmeln. So. Jetzt mal schauen hier. Oh, scheiße. Ich, oh, ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, du blöder Vogel. Komm her, der Frosch. Mach dich kaputt. Ich habe zu wenig... Ja, komm mir hier in die Bimmel. Ich brauche ein Ziel. Hau ab, du Krähe. Ich muss hier noch bimmeln. Nicht genug Energie. Ja, das ist immer das Scheiße mit den Kämpfen hier. Wie schaut's aus, Schatz? Kommst du klar? Ja, ich hab schon Bimmel. Ich mach schon... ... die Bimmel einsammeln. Ja, ich auch. Jeder, ja? Ja, muss jeder für sich. Ey, du Storch. Das sind Kraniche. Hallo. Haben wir auch so lange Beine wieder stoffen. Ah, hier war einer im Pflanzenklau. Ich kann das eher von einer weglassen. Gut, halten auf, dass ich sammeln kann. Ha, du hast eine vergessen, die nehme ich jetzt. So, fertig, fertig, fertig. Eine brauche ich noch. Eine brauche ich noch. Weißt du, was geil ist, wenn die an das Land lockst? Und dann wird die Schaumähne auf einmal wieder zum Pantan wirst. Hö, hö. Hö, hö. Nein, Schmarrn. Gut, dann warte ich noch auf euch. Ich hänge. Ja, dann häng, häng höher. Häng höher. Häng sie höher. Oh, Quasten, aha. Ja, schau mal, Verena versucht da hinten gerade verzweifelt auf den Berg zu springen. Oh Mann, taucht sie mir zu. Ja. Ja. Jetzt bist du in den Hügel verschwunden. Ich hatte es, du musst andersrum. Komm zu uns rüber. Ach, jetzt kommt sie, da, da kommt sie. Wir sind immer hinter dir. Oder vor dir. Je nachdem, wie du stehst. Ich sag ja, Sandwich. So, dann hier, was da darf sie sein. Müssen wir sie noch an der Hand nehmen. Ja. So, dann geben wir das da unten ab. Ja, mach dir wieder den Kopfnuss, Tester. Ja, ja, der macht ihn ja immer. Der macht ihn jedes Mal. So, irgendwas haben wir wieder gekriegt gehabt, ein Gürtel. So, und dann müssen wir jetzt da hoch. Aber dann müssen wir von da unten her, glaube ich, hoch. Irgendwas war da. Ah, nee, darüber. Ja. Ja, Schatz, bist du da? Ja. Immer noch? Ja. Und jetzt? Guckt jetzt, ob sie Fische sieht. Mit einer habe ich mich so angefreundet, mit einer Fischin. Aha. Wir sind zusammen aufs Klo gegangen. Ach ja, jetzt auf. Frauen-Klischee ist wieder. Mann. Das ist kein Klischee, das ist Wahrheit. Dann haben wir viel Reis. Eure Augen verraten, dass hier viel Reis. Und du nimmst sehr viel... Du kennst ja gerade immer den Weg von oben nach im Keller, ey. Ja, ich liebe den Keller. Von wegen viel Reisen. Da runter müssen wir. Diese Dinger hier müssen wir töten. Ach, da war schon jemand noch getötet. Ooooooh. Ein paar laufen noch rot. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reisweiter. Ich habe zu wenig Energie. Der ist nur am Meckern. Echt zu wenig Energie. TKNR-TTTTTTT. Jo, dann musst du es vernünftig machen. Ja, ja. Ich bin nicht bereit. So. Ich bin auch so ungeduldig. So, ok. So, Zexammer. Na, dann können wir gleich in den Zeta runden, ne? Und gleich noch die Sonnenperle holen. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ach, bist du auch schon angekommen? Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Komm mal, krieg die Perle noch. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ach, aber hier hinten. Nein. Ja, raus hier, raus hier aus Wasser rum. Guck mal, Fische. Guck mal. Fische, oh. Oh, so mal. Und Nemo ist auch dabei. Ja, Fische, oh mein Gott. Oh mein Gott, Fische, 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 Fischstoll. Wir haben ihn gefunden. Wen? Nemo. Ihr seid herzlichst willkommen. Ja, in Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. Ich glaube, er will niesen. Also genossen. So. Dann müssen wir jetzt da hoch. Hier war das. Genau. Ups. So, und das macht jetzt voll Spaß. Ah, da steht er. Schau mal. Der, was uns vorher alles weggeknallt hat. So. Die muss jetzt auch jeder für sich machen. Nehmen die neue. Na, Niemand. Na, Scheiße. Aber ich hab's geschafft. Ich bin da rausgesprungen. Cool. Alle drei gleichschen. Und? Jawoll, wir alle haben es geschafft. Abbrechen, die Quest nochmal machen. Mir fehlt noch einer. Echt? Ja. Da muss ich nochmal. Ach, ich will nur nochmal springen. Und mehr noch nicht. Ja, warten wir halt, bis sie es auch hat. Hasch ist fertig. Hä? Mäusel. Ich hab's verpasst. Es läuft wieder übers Wasser und flucht. Oh, da hat sie fliegt. War spaßig. Gut. Darum hast du ja auch so lange gebraucht. Ja. Das ist jetzt auch cool mit dem Hakan hier. Ach, ich muss schon wieder auf euch warten. Ei, ei, ei. Wieso, kannst du losfahren? Ja. Wie er drauf sitzt. Weißt du? Wie er hat sich in Ruhe? Heut zu viel geschaffen. Ja, man sieht euch gar nicht fahren. Ja, das hat Verena und ich damals auch schon gesagt. Haben uns voll drauf gefreut und dann sieht man uns gar nicht. Wie viel hast du eben, wie du runterfällst? Mhm. Kann ich das noch nicht mal sehen. Wie ne Kurve fällst du runter. Also den Ochsen so als Reittier wär gut. Ja, das wird mir auch gefallen. Aber den gibt's glaub ich sogar. Keine Ahnung. Mit dem Wagen? Mhm. Ja, sicher. Klar, mit dem Wagen noch zusammen. Das wär gut. Mhm. Kannst du drei Leute mitnehmen? Genau, einer auf dem Ochsen und die anderen zwei hinten rein. Das wär auch cool, ja. Und dann vierten vielleicht noch einen Kälberstrick irgendwo hinbinden. He. Der Lederer und der Schmied sollte den Wagen als Rezept kriegen, finde ich. Und unendlich Sachen mitnehmen. Ja. Voll gemütlich aus. Diesen Weckruf wird er nicht ignorieren können. So, noch eine Quest. Da. Ne, da. Wo jetzt? Ja, hier. Hallo. Hallo. Warte mal, ich guck immer noch. Es muss doch hier irgendwo ein Briefkasten sein. Kann doch nicht angehen. Hier im Pandaren-Startgebiet gibt's keine. Warte. Ja. Nicht. Ah. Auf. Ja.